Dumm, dumm, dumm. Der Sound in einem Horrorfilm, so klingt es immer. Dumm, dumm, dumm. Hast du dir mal überlegt, wie so ein Piano eigentlich aussieht? Das Piano für Horrorfilme mit nur einer Taste. Dumm, 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 dumm. Und apropos Horrorfilme, wie gross sind die Chancen? Du nimmst einen Wanderer mit und er fragt dich, wie weisst du eigentlich, dass ich kein Serienmörder bin? Und du antwortest dann nur, die Chancen, dass zwei Serienmörder gleichzeitig in einem Auto sind, ist astronomisch klein. Lahuf, lahuf! Wieso gibt es eigentlich immer einen, der aus der Reihe tanzen muss? Ambulanza, Ambulance, Ambulanz, 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 Ambulanz und so weiter. Überall heisst es gleich, ausser Krankenwagen. Hm, seltsam. Take on me. 80er Jahre Hits sind einfach die besten. Geht's dir auch so, wenn im Laden plötzlich ein 80er Hit gespielt wird und du dann einfach nicht anders kannst, als zu tanzen. Yeah! Wir Menschen halten uns ja immer für sehr schlau. Darum hier ein kleiner Dämpfer. Pferde! Eine Stunde nach der Geburt. Menschenbabys! Acht Monate nach der Geburt. Sind wir wirklich so viel schlauer? Ihr wisst es ja, der Nikolaus trinkt nur Milch. Und wenn er dann 7,4 Millionen Mal ein Glas Milch getrunken hat, kann bitte jemand das Rentier rufen und ihn nach Hause bringen. Ja, zu viel Milch ist auch nicht gut. Aber ob das wirklich noch Milch war? Ruf das Rentier, bring ihn nach Hause. Jeder wacht nach Weihnachten auf mit Geschenken, auf denen steht Danke, Santa. Aber hast du ja schon mal überlegt, was passiert bei Kindern mit Leseschwäche? Thanks, Satan. Ein bisschen falsch verstanden, von wem da das Geschenk kam. Oh nein! Manchmal brauchst du einfach einen richtigen Bro. Noch besser, wenn der Bro dein Bruder ist und weiss, was sich gehört. Die Mutter so am Telefon, was macht eigentlich dein Bruder im Zimmer? Dein Bruder, er lernt in seinem Zimmer. Top Antwort. Und du sitzt neben ihm und zockst. Yes, Bro. Er tut mir leid. Er hasst es. Mein Vater, der schwitzt die ganze Zeit. Meine Mutter hat immer kalt. Und ich schwitze die ganze Zeit, obwohl es kalt ist. Armer Kerl. So, jetzt aber schnell abonnieren, kleine Glocke für Benachrichten, damit du nichts verpasst und dann sofort die nächste Folge schauen.